Gut, aber da hinten ging es anscheinend nicht weiter, also gehen wir jetzt erstmal hier lang. Kann ich hier oben die Lampen, also hier unten den, den, hier, das Ding hier ausmachen, irgendwie? Geht das? Hier geht es nicht weiter. Ah, hier kann ich wieder zurück? Nein. Okay, also wir wissen, irgendwas ist mit diesem Auge. Wir haben hier super viele, super viele Bilder mit diesen Augen und, und mit den ganzen, warum sind hier die Fingerabdrücke, was ist denn hier passiert? Quatsch, in das schwarze Zeug darf ich nicht rein? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, auf dem Bett rumspringen. Nice. Das geht in No-Main-Style. So, ist hier hinter, hinter der Tür vielleicht noch. Achso, die Tür ist, achso, die Tür, da kann ich nichts machen. Okay, cool, 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 cool. Was bist du, ah ja, das war ja hier die... Das sind anscheinend irgendwelche Errungenschaften, die wir machen. I guess. Irgendwie... ...Dinger da kaputt klatschen. Ja, die Türen krieg ich nicht auf. Äh... Und ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich aufmachen möchte. Weiß nicht, was da hinter sich versteckt. So, äh, gehen wir doch mal weiter gucken. Gibt's hier noch irgendwie was Schöne? Warte ich. Nee, was nicht. Da komm ich auch nicht hin. Okay, hier kann ich weiter. Oh, what? Was ist... Ja, hallo! Wer ist er denn? Okay, hier sind Kinder. Und da ist... I guess irgendein Viech. Ich seh nichts. Wo bin ich? Okay, ich bin hier hinten. I guess ich muss hier hin. Äh, äh. Verfolgt er mich jetzt? Ich hoffe nicht. Kann er mich sehen von hier? Ich kann hier hoch. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich kann hier rein. Okay, okay, okay. Wir verdünnisieren uns mal. Der sah uns nicht sehr freundlich aus. Wir waren jetzt nicht so optimal. Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie... Ja, kann ich durch. Okay, bricht nicht zusammen. Kann man da jetzt eher gerechnet. Das wäre jetzt hier erstmal... Runter droppen. Gut. Okay, ne Ratte. Okay, okay, okay. Was jetzt? Ich hab Ruhe? Oder was? Hallo? Hier geht's nicht so gut. Und da ist... Ja, wie? Ich kann hier rein? Kann ich mich hier verstecken? Okay. Gut. Wir sind... Alter, was ist denn mit dir verkehrt? Du hast anscheinend extremen Hunger. Das ist die Frage. Kriegen wir hier auch noch irgendwo was zu essen? Dann werden wir jetzt auch nochmal sehen. Was ist... Was bist du? Du bist ein Kind. Ja. Gibst du mir was ab? Bist du so lieb? Oh, du bist... Oh, süß. Danke. Okay, wir müssen anscheinend auch immer mal wieder ab und zu mal was essen. Was passiert jetzt? Okay, cool. Cool, cool, cool. Danke. Kann ich das irgendwie... wieder gut machen? Warum ist er denn da so alleine? Leih, ich kann nicht zu ihm. Warum ist hier schon wieder so ein... So ein Galgen? Ja, ist... Ist nicht so schön. Alles... Alles nicht so schön. Alles nicht so schön. Hier sind Duschen. Ja, ja, ja. Okay. Cool, cool. Duschen. Ja. Okidoki. Gut, gehen wir mal weiter. Alter, das ist ein Labyrinth hier, das ja. Ach du Scheiße. Hier ist ja schon wieder was mit Strom. Hier ist schon wieder was mit Strom. So, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken. Wo geht denn das... Ja, das Kabel sehe ich nicht. Äh, warte. Hier hoch springen? Ja, okay. Cool. Cool. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen Adventure Map mäßig runen. Kann ich hier hochklettern? Ne, kann ich nicht. Nicht hier... Ah, hier kann ich hochklettern. Okay. Äh. Und... Kann ich jetzt hier rüber springen? Oh Gott, das ist ja richtig Assassin's Creed mäßig, ey. Sag mal. Sag mal. Was. Oh, hier oben ist eine Lampe. Okay, hier oben haben wir erstmal wieder ein Zwischen-Safe-Point, I guess. Schauen wir erstmal hier wieder das Lämmchen an. Jawohl. Ähmchen ist an. So, äh. Heißt das jetzt hier rüber springen? Nein. Lass doch nicht. Okay, er hat losgelassen. Ei, 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 ei. Er sollte doch nur hochklettern. Ah, okay. Hier kann ich... So, und weiter. Will ich hier hochklettern? Oh. Okay. Da erstmal drauf zu kommen, dass er da auch wieder hochklettert... Ey, ne Phrase, ey. Ist ja wirklich... So, wie hoch muss ich denn? Hallo, ich glaube, das ist ein bisschen sehr hoch, oder? Autsch. Er hat weh. Ja, eine Lebensanzeige haben wir auch nicht. Ja, die Leiter jetzt hier hochzuklettern war jetzt gerade, glaube ich, nicht so clever. Außer wir hätten die Leiter jetzt umstellen können. Das wäre natürlich geil gewesen. Leiter umstellen, das wäre... Awesome. Äh, ja, welchen Schalter betätige ich denn jetzt? Betätige ich den hier? Ah, okay. Damit kriegen wir das Ding... ...nach oben. Oh, ist justiert. Okay, cool. Okay. Okay. Aha. Okay, wenn ich den jetzt nach da schiebe. Fall ich runter. Nice. Okay. Gut, dann... Ah, äh, ja. Wie mache ich denn das dann? So, jetzt sind wir hier wieder an dem Ausgangspunkt. Ziehen das Ding jetzt hier rüber und jumpen drauf. Okay, cool. Nein, nein, nein. Hochklettern. Hoch, 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 hoch. Und jumpen rüber. Und hier ist irgendeine Action. Hier ist irgendwas, was hier berummt. Okay, cool, cool, cool. Äh, jetzt muss ich an den Scheiterrand kommen. Das heißt, ich muss hier mich irgendwie... ...hochbauen. Okay, warte. Kann ich das hier näher? Ja, ich kann es aber nicht rausziehen. Okay. Also, ich bin der Meinung, ich müsste wahrscheinlich hier so eine Treppe bauen. Oder? So. Reicht das schon? Nein, nein, nein. Nur so... Nur so ein bisschen. Nein. Gehen wir draußen. Ja. Ja. Ich kann mich nicht rausnehmen. Was ist die große Frage? Könnte ich jetzt... Hallo? Okay. Alter, ich sehe nichts mehr. So, was war jetzt egal. Okay, wir gehen als erstes mal hier rüber. Weil es so nice war. Ich habe keinen Schimmer, was hier passiert. Okay, was ist das hier? Was ist das jetzt hier? Okay. 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 Also, hier gibt es erst mal wieder ein Lämmchen. Könnte ich dich irgendwie hier rauslassen? Okay, cool. Hier drin ist nichts. Oh, cool. Cool für mich. Ja, ja. Warte mal, kann ich das Ding hier vielleicht runterdrücken? Nein. Oh. Okay. Okay. Und was jetzt? Kann ich hier ran? Das muss mir erst mal einer sagen. Okay, jetzt bin ich wieder hier unten. Und jetzt einfach loslassen. Ja. Nice, I guess. Nicht so nice, I guess. Weil die schwarzen Viecher sind nicht so nice. Kann ich jetzt hier einfach durch? Nice. Ich kann hier durch. Okay, cool. Cool, 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 cool. Nee, welche, welche Ebene? Kann ich hier irgendwie nochmal? Gibt es hier nicht irgendwo? Warte mal, hier kann ich doch bestimmt hoch, oder? Hier kann ich nicht. Äh, da ist wieder so bewegendes Licht. Da habe ich ja mal wieder richtig Bock drauf. Alter. Okay. Okay, versuch dem... Scheiße. Ich habe versucht, ihm, ne, schattenmäßig so mitzugehen. Aber es hat nicht so gut geklappt, weil ich vergessen habe zu sprinten. Das war jetzt mein grosser Fehler. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal die ganze Aktion hier machen. Oh, nee, 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 nee. Okay, wir sind hier vorne gleich. Nee, nee, nice. Nein, wir bleiben erst mal hier. Wir warten kurz eine Instanz ab, um dann, ne, uns hoch. Ja, nice, nice, nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, also wir haben uns wieder verdünisiert. Vor dem Licht weg. No, 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 no. Ähm, 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 scheiße. Ähm. Okay, wir haben es geschafft. Äh, äh, äh. Was ist hier? Was passiert hier? Können wir das? Können wir das? Können wir das sagen? Okay, die, die Viecher, glaube ich, sind freundlich. I guess. Ähm,«f Ähm, »Fat Nacho ein« Ähm, »Fat Nacho ein« »Ehm« »Fat Nacho ein« Untertitelung des ZDF, 2020